Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Düsseltal. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 54 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 990 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.